Oh, seht ihr das? Bisschen Terraforming! Das sollte auch mal sein. Zwangsweise. Und der Baum da. Den werden wir aber weghauen. Den werde ich natürlich auch wieder offline wegholzen. Zumindest von den Blattl her. Und das muss dann bis hinten noch. Und du? Du Birke! Du Birke! Schau dir ein bisschen verkehrt. Und du? Du Birke! Schau dir ein bisschen verkehrt. Pass auf, da hinten. Da machen wir natürlich das gleiche. Die Blattl weg. Und es ist schon wieder finster. Oh Gott! Ich sollte mich eigentlich verbrunzen, gell? Bevor die Kreaturen kommen. Und ich brauche Erde. Und da könnte man eventuell einen Gurt noch richten. Sehen wir schon. Bleib mal so. Ja, sag mal. Du Minischwein. Du Minischwein. Eine Tür muss her. Aber erst am nächsten Morgen. Moment. Blattl. Oblohne. Bettchen. Ich komme. So, seht ihr das? Neuer Tag. Neues Glück. Ich brauche erst einmal Erde. Und ich erblicke eine Kiste. Halt schön. Schau. Au, Schwein. Abgeh. Wo mein' ich. Lauf ja auch. Mit dem Messer. Erde. Wo mein' ich. Seht der Thomas. Die Massen. Ja, da ist noch mehr. Moment, Holz. Da war noch immer zwei dabei, gell? Matted Needles. Man könnte ja. Da hinten bei der Mühle. Moment. Könnte man das eventuell so bauen wie da? Seht ihr das? Eventuell. Oh, da haben wir gebaut da hinten noch Getreide an. Könnte man auch machen, oder? Abwechselnd. Wir schauen die ganze Sache von da rum aus. Ja. Das kann man sich noch anpassen. Auf eine Tür. Was nehmen wir denn da? Die rutsch die kalte Holztür. Da braucht ihr allerdings einen Canyonstone. Den habe ich logischerweise wieder nicht dabei. Ist klar, oder? Mr. Canyonstone. Den haben wir da drin. Bewuscht, oder? Wo ist für eine? Da ist das auch dir. Blaue Lampe. Schauen die Lampen anders aus? Ne, gut, oder? Wobei, schön. Oh Gott, schau dir das an. Ein Fusch. Da fällt doch eine Lampe, oder? Da drüben. Ja, das weiß ich. Simi. Wie kann denn das sein? Da kommt eine Lampe her. Wo sind denn das? Gaslampen. Und ich brauche auch eine andere. Ja, kein Kloß dabei. Wobei, ich kann vielleicht noch eine Lampe auf Reserve haben. Und zwar in der geheimnisvollen Lichtkiste. Nein, 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 es geht. Geil. Ich weiß doch nicht, die Lampe. Brauche ich die noch? Vielleicht für den Trimm, oder? Im Keller. Ja. Nein, nein, wir sind schon gelungen, oder? Lewe. Und vielleicht noch Glas. Halt. Halt. Er hat die Lampen. Das heißt, das ist schon, oder? Ja, da fällt auch noch die Mauer. Die gibt es halt nicht. Aber das ist schon. Man könnte ja die Erde da oben. Eigentlich verstecken, oder? Ich meine, die schaut ein bisschen blöd aus. Da könnte man eigentlich einen Abschluss machen. Was sagt denn, wenn ich das tue, mit dem Stein, wobei man Holz bauen könnte? Nein! Geht das. Aber was sagt denn dazu? Das geht bis um mich. Weil man könnte sogar einen kleinen Sauni ziehen, sieht das? Rundherum. Es wird eventuell eine Alternative, gell? Statt da so. Ja, geht zu. Da könnte man eventuell wieder einen Schildteil bauen. Wobei vielleicht nicht da vorne. Da vielleicht. Dabei haben tue ich natürlich keinen. Logisch. Ja. Hopp. Jetzt bauen wir erst einmal die Lampen mal. Was? Was ist denn, Flampen? Man könnte auch, weiß auch nicht, Lichtsäulen machen, oder? wo beide decken da fällt mir schon wieder was anderes als scheiße und zwar irgendwelche querbalken in die zimmern ich meine ich hab da ein bisschen mehr abwechslung ich hab lauter Blöcke drin, oder ich tipp schug ich, scheiße lauter Blöcke zum Einverderben wie mach ich das? mach ich vielleicht pass auf, muss ich ausprobieren da geht er schon raus da geht er hinaus an die frische Luft was sagt denn da dazu, wenn wir das so machen in jedes Eck, oder? dann schaut die Sache gleich anders aus das wäre der Licht im Geller ein Mitten haben wir gar nicht, geh oh, da in der Mitten wobei, dafür findet sich noch eine Lösung dafür findet sich eine Lösung ganz sicher ich glaub, die Bretten war 80, oder? und die da 15 da haben wir 15 da haben wir 15 da haben wir 15 pass auf ja helft nicht andere Taktik da wollen wir da wollen wir Balken rein und da können wir Slaps rauf also Holzslaps weg gehen wir rum nehmen wir 4 ja, da war ich wieder mal planlos unterwegs, geh also so wie immer so ganz typisch ja so, komm mal was soll denn das werden ja, da gibt's gleich wieder Ansage, geh laut, dass ein Krampf gebaut wird ja, was ist da los ja, da sehe ich nichts mehr, wo ich bau ja, da ist aber nichts mehr, wo ich bau ja, da wird das war ein kleiner Back Und dann hätten wir da noch, ja wie schaut denn aus, wird einmal hell. Zwei, wie hätten wir da? Da werden wir nochmal viele rumgehen. Hoi Tonic, da sind wir. Wobei ich konnte den Weg losen. Da habe ich das letzte Mal so viele Haltblöcke gemacht. Nur dreißig bis oben. Ein Skandal. Aber hinten vorne. Und in der Mitte haben wir dann ebenfalls vier. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das ausgeht. Und die Blöcke müssen wir noch einsetzen. Und zwar von Slips. Ja, sehen wir schon. Jetzt gehen wir schon hin. Halt, ich brauche jetzt einen Haufen Slips. Was sagst du denn, wenn ich da noch einen Balken runter tue? Oh, der weiter erinnert. Wobei da ist blöd, oder? Und da einen Balken runter zurück. Weil da kommt er von der Tür rein. wieder. Was such denn da? Was sucht denn da? Fitter das besser? ich meine es wäre zumindest abwechslungsreich, geh den muss ich zugeben aber Licht dem mangels, geh wobei, ich könnte den dicken auch noch so nicht hängen du sagst dann drüber zu weil die Geißlampen, geh das geht schon 5W da ohne her und da ohne dann warten die aber im Eck wieder zwei, oder? glaube ich wie schaut denn aus? ja dann wird da hinten wieder finster oder man sieht da hinten eine Feier rein ja, hell genug ist jetzt brauche ich allerdings einen Schalter und den Hauptverslips so herr Walter, ich brauch deine Schulter was auf Maschinen ich glaub in der Scheune brauch ich ja noch einen, geh Teleporter was er auf Holzslaps ja, fähig's nimmer das heißt, da muss ich prononzieren Sleppies was ich trau? was ich trau? ja, da brügelt die Mäuse durch was ich hab meine Sticks meine Sticks ja gut ja gut ja gut Vielen Dank.